dann haben sie vielleicht mitbekommen der hsv ist tabellen vorletzter ja 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 seien sich nicht sicher dass die tabelle nicht vom adac ist das kann natürlich sein und hier dieser mann wird der neue trainer winfried peter heinrich schlomker wie war noch der vorname mirko schlomker siehst du jetzt fällt es mir wieder ein er soll den abstieg unter dach und fach bringen und deswegen ist er eingekauft worden wir kennen ja mirko schlomker oder das der philosoph unter den trainern denken sie da mal drüber nach er kommt auch nicht als trainer sondern als sterbehelfer